hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom ls 22 alpenfahren projekt am wunderschönen mittag in der letzten folge haben wir ja da ein bisschen einen spektakulären einsatz gehabt da mit dem uploaden und aufladen und da würde ich sagen machen wir heute weiter so wenn ein paar mal da wo und so 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 Irgendwelche Haufen fahren, aber sonst dann wird das nix. Was ist das? Was ist denn da? Was ist denn hier? Was ist denn da? 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 Ich gehe auf die Wünsche ein und hoffe, dass es so passt. Dann schauen wir mal. So, fahren wir mal auf. Dann werden wir das aufloaden. Mein Kollege. Jetzt wollen wir nicht sagen, damit die Rohr sind. Dann gehen wir. Dann gehen wir mal auf. 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 das war jetzt zu ich baue jetzt ja nun bedenkt einmal das hat im kurs zu wissen später Ich frage jetzt nichts, ich sag jetzt einfach nichts und frage auch nichts. Ich sende auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Einmal für Zahnbocken, aber kann ich sehen? ja da haben wir jetzt noch da steht dort nirgendwo also jetzt ist das am Boden ok ok schon verstanden ja 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 die Lenkung von dem Vorzeck Ja K vestige Deine Schatten Schatten 奇 terRA Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2022 Bis zum nächsten Mal.